Hallo, das ist Nummer 1040 und mit dabei ist heute die sagenhafte... ...Affe! Ja, genau, der Affe ist dabei und mit dabei ist die kleine Koalerin hier, was heißt hier? Ey Flo, Flo, der richtige Ausdruck ist Koala-Resine. Klar! Richtig. Die Koralle. Die Koralle. Oh man, die Ronny ist auch mit dabei und mit dabei ist hier ein Stargast, nämlich hier mein Bruder. Hi Julian. Ja, genau so macht ein Panda hier. Nein. Wir sind hier, nach langer Zeit, hier endlich mal wieder in Minecraft Wolf hier unterwegs. Die komplette Map wurde übelst geupdatet. Wir haben zwei komplett neue Maps drauf. Die Map wurde geupdatet mit neuen Kisten, neuen Items. Es gibt einen Tester, äh, es gibt ultra viele neue Sachen hier, Geheimgänge und vieles mehr. Das hat dieser nette Kollege hier gebaut, der Schummel-8 hier. Grüß geht raus an dich hier, ultra saftiger Typ hier. Der kennt sich mit Command-Blocks mehr aus als ich hier, nicht mit, äh, ja, mit allem auskennen, äh, egal. Hindenfalls, mit dabei hier die vier Kameraden hier, Minecraft Wolf, wir müssen gerne Lobby hier. Und ich würde sagen, Minecraft Wolf. Ja, ich würde sagen, hier vier Spieler und wir starten direkt mal rein hier. Leute, wie der Michael Wolf, ich kenne hier, ähm, es ist im Prinzip so wie TTT, aber nur in cool, ja. Okay, das ist die Map hier. Und nur mal kurz erklär, es gibt so überall auf der Map drei Stufen von diesen Crate. Ja, es gibt auch die erste Stufe und, ja, hier ist ne, äh, Julian, hier ist ja, Bildung, richtig. Genau. Crate, ganz ruhig, okay. Es gibt hier diese Stufe, dann gibt's die, die sind ein bisschen dunkelbraun und die Eisentrone, ja. Das sind drei Stufen, je höher die Stufe, desto besser Reichtums kriegt man raus. Es gibt, äh, Gold, Emerald und Rubina. Das sind quasi die Véroman, man kann nicht damit was kaufen hier, diesen Tester. Aber ich würde sagen, bevor wir rumreden, lass einfach mal hier starten und schau, wie das Ganze sich ausspülen wird hier, oder? Okay, alles klar, und hier sieht man schon, du bist ein Schaf. Achte auf deine Freunde, ein Wolf. Ah, okay, ja. Einer von uns ist hier ein Wolf, ja, der Wolf unter uns ist der Böse. Ähm, der alle anderen töten muss, ohne dass es auffällt. Oh, und, äh, genau, der Affe ist top. Ich muss jetzt mal mich, äh, hier irgendwie sammeln und schauen, wer wer ist. Äh, übrigens der Tester, genau, hier, äh, im Chat, hier haben wir übrigens unseren Shop hier. Und der Wolf unter uns vier hier wird auch noch einen Wolf-Shop haben, ja, wo es ultra gute Items gibt hier. Aber so, ich muss hier erstmal sammeln hier und schauen, was ich ein paar Waffen finde. Oh, ich hab schon ein Schwert. Was los, Topps? Ähm, nichts, überhaupt nichts. Äh, gar nichts zum Bier, stopp! Aha, verdächtig. Das ist verdächtig. Okay. Ey, Ronja, ähm, ich weiß nicht, ich... Also, wenn ich den Affen jetzt sehen würde, dann... Okay, ich hab Emeralds. Oh! Oh mein Gott. Äh, hast du schon den Job erklärt, unten im Chat? Äh. Oh, oh. Flo ist tot. Flo ist tot. Flo ist tot. Du hast einen Streit. Ähm. Jürn ist der Böse. Ne, gar nicht. Wieso ist Jürn der Böse? Weil... Keine Ahnung. Ich war hier ganz ehrlich... Warte mal, bei wem? Äh, wo warst du zuletzt? Wuhuu! Hm? Äh, warte mal, kannst du aber... Ich glaub... Was öffs hab ich gemacht? Ne, ich bin verwirrt. Hä? Warte mal, ich hab grad irgendwas geöffnet. Äh, hallo? Guten Tag, ist hier irgendwas geöffnet worden? Oh, oh. Äh, hallo? Guten Tag. Ich glaube Flo... Ich glaube Flo verarbeitet uns. Ich glaube... Hä? Äh, Endeffekt ist Flo der... Der Böse und der Prinzip. Ja, Endeffekt ist er der... Er ist er das böse Mädchen. Äh. Hä? Ähm. Warte, ist hier... Oh mein Gott. Zack, zack, zack. Warte mal, wo war das? Äh, so was... Äh, Ronja? Wo bist du? Was machst du grade? Ich? Äh, ich such nach Kästen. Und du? Äh, was warst du grade? Ich... Ich hab hier Julian bei mir in der Nähe. Also, musst du aufpassen. Okay. Vielleicht... Vielleicht verfolgt er dich. Wenn du gleich nichts mehr sagst... Wenn ich gleich nichts mehr sage, dann... Dann war er's. Okay. Nö. Aber Julian sagt auch nicht... Weil es er nichts sagt... Wenn ich dann... Äh, will er dich grade... Äh, guten Abend. Ah, okay. Ich hab ja gedacht, du hast dich gekält und wolltest nicht grad... Nee, das... Das Licht führen, weil du... Ja, ja, nee. Das würde ich jetzt nicht machen. Nice, nice. Das will man doch gerne hier drunter. Also, du redest verdächtig viel, Tops. Ich hab das Gefühl, du versuchst hier was zu verdecken. Hä? Könnte das sein. Du verdeckst hier was? Nein. Ich verdache hier was. Du bist... Du bist die Böse. Ich hab hier grad ein schönes Holzschwert gefunden. Möchte ich nur mal anmerken. Boah, ein Holzschwert? Genau. Oh, da ist ja richtig viel cool drin. Ja. Ich hab da schon einige schöne Dinge entdeckt. Äh, okay. Ich guck immer wieder auf die gleichen Kästen. Ich bin so clever. Ja. Es ist unfassbar. Das finde ich auch, ne? Also, da muss man echt einfach mal sagen... Ach, Ronja. Äh, ich drück die ganze Zeit eh, wenn ich mal einen Shop öffnen möchte. Oh, ich hab... Äh... Oh mein Gott, was ist das? Äh... Oh, die sieht so schick aus. Das ist aber auch, äh, Premium. Jetzt komm ich hier nicht raus, oder? Oh mein Gott, bitte, 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 bitte. Noch vier Minuten. Eieiei. Ist das gut? Na, ich weiß nicht. Ist das gut? Ist das schlecht? Oh mein Gott. Nice. Ja, gut, ne? Wo seid ihr eigentlich alle? Ich? Ich bin, ähm... Ich bin grad in der Schule. In der Schule. Interessant. Interessant, interessant. Ja. Wo bist du, Johan? Sag mal. Äh, ich bin auf der Map. Ah. Ah, oh. Okay. Das ist, äh, untypisch. Informatisch, informierend und so. Hm. Äh. Ich bin friedlicher... Aha. Vielleicht ist das ein Trick. Ey, du, du willst mich schlagen. Du willst mich töten. Vielleicht will ich dich schlagen. Vielleicht ist das Selbstverteidigung. Nein, 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 nein. Ich muss den Wolf ja töten. Nein, du. Julian, komm schnell zur Halle. Komm schnell zur Halle. Komm schnell zur Halle. Komm schnell zur Halle. Ich hab meine PvP-Skills gefragt. Oh Scheibenkleister. Meine PvP-Skills sind leider non-existent. Ja! Rania wurde getötet. Ja. Oh mein Gott. Ich hab nicht gesehen, ich bin dann... Ich glaub, ich bin dann dir vorbei gerannt. Hab den Geheimgang. Mega nice. Ja. Echt ein Geheimgang? Das war zum Geheimgang. Da musst du so einen Knopf drücken. Aber das sag ich dir nicht. Wie oder wo. Aha. Neue Runde. Neue Runde. Neue Runde. Neue Runde. Neue Runde. Neue Runde. Ich hab das Gefühl, es ist auch ein Vorteil, wenn man ungefähr weiß, wo die Kisten sind. Kann man einfach durchsuzuschen. Ja? Und ja. Ich kenn so drei, vier Kisten. Echt, sch grade mal, sch grade mal. Sch erase mal. Es gibt ja auch einen Schaf-Shop. Aus dem Chat hier haben wir so einen richtig großen Shop, wo ich reingehen kann. Zum Beispiel hier... für 10 Gold kann ich mir Pfeil kaufen. Für 40 Gold ein Weapon Case. ein Bogen, es gibt einen Wolfssucher, dann wird glaube ich ein Chat geschrieben, zwei Spielernamen und einer davon ist irgendwie ein Wolf oder so, es gibt ultra viele geile Items hier, aber ich sollte hier auf jeden Fall mal ein bisschen was suchen hier. Ich finde die Map hier ist richtig riesig hier und es gibt auch übelst geile Sequels hier, also ich bin so gespannt hier, wie ihr mal Geheimgänge hier findet oder so. Okay, ich kenne keine Geheimgänge, aber ich bin in der Schule. Ach, in der Schule. Ich bin ja draußen. Na dann, wer von euch ist ein Wolf hier? Ich habe gehört, Ronja soll der Wolf sein. Ey, Ronja, ich habe gehört, du bist. Okay, ich habe schon mal richtig geile Waffe. Der ist mal einmal der Wolf, ja, und danach ist man für immer. Was kann ich jetzt? Oh, ich kann's gerade Captain Rifle, ich kann's gerne Waffe kaufen hier. Ein Dierschwert für Rubine. Oha, okay, ich kann alles holen. Es gibt ja auch diese Eisenkiste, die seltensten. Oha, ganz ruhig, okay. Jede Wunder hat übrigens sieben Minuten, nur falls ihr es verhakt habt. Oh, ich habe schon 10 Rubine, das ist richtig geil. Ich laufe gerade irgendwie so Kante, Branden, mit mir rum. Ich hoffe, ich war nicht runter und sterb ja ein Fallschaden. Das ist ja so richtig mies. Ich hoffe, dass du am Fallschaden bist. Ganz wichtig. Aha, tops ist der Wolf, alles klar. Er möchte, dass andere Mitspieler sterben. Wir haben hier eine Regel, wenn man stirbt, darf man nichts mehr reden. Das heißt, wenn einer von den anderen gleich hier aufhört zu reden, wissen wir, er ist tot, okay? Oh, ich sehe gerade hier schon eine Truhe. Kann man die kriegen? Warte mal. Ah! Oh, ich habe eine Enderperle und einen Ironman-Pet. Wow. Temporary Shield. So, okay. Also, ich bin wieder der Wolf, okay? Die anderen können mich gerade nicht hören. Ich habe mir diese Falle gekauft. Ich habe hier keine Ahnung genau, wo die anderen sind. Aber Flo redet recht viel, das heißt, wir können mal gucken. Ich glaube, die verdächtigen sich gerade auch eher selten gegenseitig. Nein, 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 alles gut, mir geht es gut. Okay. Hier bist du noch am Ende. Julian, du bist so verdächtig ruhig. Julian? Äh, hallo? Hallo? Ja, 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 ja. Okay, Julian. Ich glaube, wir leben alle noch, oder? Äh, ja. Ey, oh mein Gott. Oh! Alles klar! Alles klar! Okay. Alles klar. Wenn einfach irgendjemand stirbt aus dem Mix, dann wissen wir Flo war. Nein! Nein, 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 er war es nicht. Flo ist böse. Das ist nicht der Richtigkeit. Entsprechend. Äh. Ach nein? Ist es nicht so? Ich bin jetzt irgendwo am Dach oben. Ihr werdet mich eh nicht kriegen. So warte mal. Ach so. Ah, gut. Danke Flo. Der ist hier unten am Spawn. Das ist der Tester. Jetzt ist er gerade inaktiv. Der Tester ist nämlich nur in 40% der Runden aktiv hier. Das wäre es ja auch langweilig. Ich finde das richtig geil. Ja, wirklich. Weil wenn er immer aktiv wäre, könnte man ja instant sagen, jeder der nicht hingeht, ist instant ein Wolf hier. Ja. Obwohl er ja auch eine Chance hat, dass er falsch liegen kann, richtig? Noch vier Minuten, okay. Und jetzt, also der Wolf ist hier ein äußerst langsamer Wolf hier heute, muss ich sagen. Ähm. Am Punkt. Der Tester hat auch noch ein paar andere Nebeneffekte. Denn, äh, es gibt eine 1 in 12 Chance, dass ein Schaf, äh, wenn sich testen lässt, hier als Wolf rauskommt hier. Also es muss nicht immer die Richtigkeit entsprechen hier. Und, wenn ein Wolf, äh, Tester irgendwie reingeht, hat er eine 1 in 15 Chance. Äh, los, mach das auf hier. Dass er, äh, als Schaf rauskommt, ohne irgendwas. Ja, es gibt doch ein, äh, ein Item, das nennt sich irgendwie ein Schafspelz oder so. Damit kann man als Wolf auch viel... Damit, genau, da muss man es falsch machen. Hallo. Dankeschön, dass wir die Tür aufgemacht hast. Tops, ganz ruhig. Ich bin scharf. Komm, 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 Tops. Ich bin auch scharf. Ey, Tops, mit mir. Wenn ich sterbe, ist es Tops, wenn ich sterbe, ist es Tops. Okay, okay, okay. Wo seid ihr denn? Er läuft mir nach. Er hat ein rotes Schwert, er hat ein rotes Schwert. Okay, nur für den Fall. Sporthalle, Sporthalle, Sporthalle. Sporthalle. Okay. Ich bin auch ein Schaf, Flo. Ja, rotes Schwert. Oh mein Gott. Tops. Ich fände mir die ganze Zeit neben dir, was? Ich hab mir für 20 Urbine-Gramas gekauft, also... Ey. Warum schießt du mich ab, Flo? Oh mein Gott. Flo, ist der was? Nicht mich. Ich bin nicht dabei. Du hast ihn abgeschossen, oder? Ja. Warte, Julian, Julian, bist du noch da? Julian? Ja. Okay, Julian lebt noch. Okay, alles klar. Ähm, abwumpt, sieben Minuten pro Runde. Ich find' die anderen nicht. Ich hab' keine Ahnung, wo die anderen sind. Was? Ich versuch' die ganze Zeit smoothen, die Leute zu fragen, aber keine Antworten mehr. Ah! Ich hab' eigentlich so'n cooles, cooles Ei. Aber ich krieg's nicht raus, weil ich die anderen nicht finde. Ah! Gott. Okay. Die waren bei der Sporthalle. Das heißt, wenn ich jetzt hier draußen rumlaufe, dann komm' ich bestimmt zur Sporthalle. Ähm. Ich war vorhin da. Geh' nicht ins Pool. Oh mein Gott. Jetzt ist nicht irgendwie eröffnet hier. Oh! Julian kommt! Wer ist der Panda? Doch, Julian! Ich bin auch da. Ich bin auch da. Hallo! Drück' auf den Knauf, Julian! Okay, Julian ist nicht. Julian ist nicht. Es ist Ronny oder Toops. Ronny oder Toops. Julian bleibt bei mir, okay? Oh, yes! Ronny hat sich einen Spawner gekauft. Ich hab' mich... Ich hab' mir keinen Spawner gekauft. Doch, doch, doch. Du hast irgendein... Ich hab' ein. Ich hab' ein. Alles klar. Entweder Toops oder Ronny. Ich wusste schon. Aber das war ich ultra wasted hier. Ähm. Hab' ich noch hinfalls? Ich bin aber kein... Wie setzt man diese Eier denn ein? Entweder Toops oder Ronny. Ich hab' hier... Ich bin hier an einem Projekt dran, ja? Oh mein Gott. Ist es sie? Jo! Sie ist an dem Projekt dran. Flo, Flo, Flo. Ist es? Flo, komm zum Bad. Komm zum Bad. Ja! Nein! Nein! Wie setzt man diese Eier ein? Die konnte ich nicht... Ich hab' eigentlich... Warte, warte. Warte, warte. Ich will jetzt eigentlich eine neue Runde. Wie macht man die Eier? Okay, bitte. Neue Runde. Neues Glück hier. Also, das war mal eine geile Runde hier. Ich bin ein Schaf. Ich bin ein Schaf. Ja, auf jeden Fall ist Toops ein Schaf hier. Wolf-Test inaktiv. Also, wir haben, glaub' ich, gerade nicht hier. Nichts. Wir hatten noch nie eine Runde mit dem aktiven Wolf-Tester. Das ist echt so. Okay. Jede Runde so. Oh, was ist denn dieses Mal? Ganz ruhig. Ey, was gibt's noch eines hier im Shop? Es gibt doch mal mega geile Sachen hier. Es gibt super viel Kram. Ey, man braucht unbedingt Rubine hier. Ich hab' noch nie Rubine gefunden. Wie findet ihr die? Rubine? No mei! Oh mein Gott, ich hab' hier nen Helm hier. Ähm, ey, irgendwie geh' ich mit mir schon immer dieselbe Runde. Ah, die sind 40. Ich glaub's mal, wo komplett anders sind, wo ich noch gar nicht war. Sag mal, die Eichlems sind teurer geworden, gerade. Flo geht wohl hin und war noch gar nicht mal unter der Dusche. Ich bin Tobias! Okay, ganz ruhig. Ich hab' hier ist ein Secret Gang. Genau hier. Ähm. Oh mein Gott. Kann ich hier rein? Ja! Oh Leute, die ist so gut. Oh! 27 Rubine, die gönne ich mir mal. 27 Rubine. Ja, ich hab' den Ultralang. Ja, alles klar. Flo ist Wolf. Okay, hier ist Flo bei mir. Was? Wieso soll ich denn Wolf? Bist du Wolf? Ich bin nicht der Wolf, ich bin nicht der Wolf. Du hast... Ich will den Testo gehen, aber es gibt keinen Testo. Flo, ich folge dir jetzt. Ich bin safe. Unauffällig. Ich bin safe. Ich bin locker Julian. Wenn irgendjemand mich nicht mehr hört, dann ist hundertprozentig, wenn Flo mich getötet hat. Ich glaub, du hast sogar hier ein bisschen Gold, weil ich so nett bin. Guck mal, weil ich will, dass wir Schafe hier gewinnen, okay? Okay. So, auf geht's. Ähm, was kann ich mir denn hier kaufen? Alter, wie geil! Ähm, okay. Ähm, mit Gold was kann ich mir kaufen? Wie viel kostet ein Weapon Case 30 Gold? Oh, das kostet... Hä? Wie kostet es 30? Bei mir kostet es 45. Hä? Nee, komm doch. Nee, 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 du musst Dings kaufen. Mit Gold? Ich mein Dings hier, äh, Emerald, äh, Dings meine ich. Wolf, äh, Dings hier. Ah, das ist Wolf such ich hier. Okay. Nee, doch! Jo, Weapon Case 33 oder welches meinst du denn? Ich mein das, was man für Volt kaufen kann. Achso, wie Gold, ja, Leute. Da hab ich mir verschaut, ja. Au, 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 au. Ey, komm mal mit, Ronja, ich zeig dir ein richtig geiles Secret. Komm, wer hier? Richtig, äh, richtig coole. Wo bist du denn? Ein richtig coole Secret. Ich bin im ersten Stock hier. Oh, Gott, was ist denn? Komm ich einmal hoch zu dir? dass ich zweimal und dann noch ja Ja, komm rein, komm rein, komm rein! Schließ dich immer! Hier ist eine Truhe drin! So, jetzt! Den Helm nehme ich hier, so! Cool, cool! Wie geil hier! Komm, du bist so eine richtige Zentrale und alles! Ich bin hier! Bronis Wolf, Bronis Wolf! Oh mein Gott! Hä? Und? Alles klar, jetzt können wir uns hier Flos Lügengeschichten anhören, warum ich der Wolf sein soll, aber nicht mehr rede. Wisst ihr, was der Trick ist? Wenn ich das nächste Mal Wolf komme, dann mache ich folgendes. Ich sage auch irgendwie, oh ja, Flo greift mich an und danach rede ich einfach auch nicht mehr, so als würde Flo mich getötet haben und er selber tut quasi nur so, als wäre... 100% einfach umgedrehte Psychologie. Das machen wir! Das ist der Plan! Dann denken alle, dass Flo der Wolf ist, obwohl ich der Wolf bin. Und dann kann ich einfach, sobald ich jemanden sehe von hinten, den direkt töten und er denkt nicht... Also er denkt sich nichts Böses. Das ist der Plan für nächste Runde. Ich brauche noch mal, Wolf. Wolf, komm mal. Eigentlich hätte mir klar sein müssen, dass Flo ein Wolf ist. Ah, es war so logisch. Und äh... Warte mal... Y... I... Es war so klar. Okay. Ah, okay. Ich meine, warum sollte ich ihm dem Raum folgen? Alter! Ah, okay. Wenn ich Flo sehe, dann... Vor allem, die anderen... Ich find's nicht! Sie sind zwar skeptisch, aber sie... Hier, zum Beispiel... Ich bin es nicht! Ist jetzt... Jeder, der was anderes sagt, ist äh... dumm! Das ist jetzt Tops. Wir folgen jetzt Tops unnauffällig. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Was ist dieser Stimme? Was ist dieser Stimmlage so... Nein! Er wird uns rächen, okay? Er wird jetzt... Oh mein Gott, ich kann einfach durchgehen! Er wird jetzt Flo töten für uns. Ich will jetzt... Warte mal, ich kann mich, glaube ich, umstellen... Ich meine, die beiden sind sich eigentlich sicher, dass Flo der Wolf ist jetzt... Genau, jetzt werden sie sich hier verstecken. Ja, wo seid ihr alle? Ja, ja! Also, ich bin bei der Schule, Flo. Ja, warum würdest du das sagen? Wie funktioniert der? Tobias, wieso sagst du das? Warte mal. Don't! Oh mein Gott, Julian hat mich versucht zu töten! Julian hat mich gerade... Ja, und jetzt... Zufällig, ja? Oh mein Gott, ich krieg du's! Du weißt ja nicht, wo ich bin! Ey, das ist zufällig! Sag Julian nichts mehr! Ich hab ne Entmenrüstung, gell? Eine Entmenrüstung? Ja, doch, Mann! Oh mein Gott! Gibt's nur im Wolf Shop! Abbruch und Aronni hab ich vorhin die ganze versprochen! Ich hab aus dem Wolf Shop abgelesen, dass 30 Gold... ...mit dem Webpack ist! Oh! Aha! Ey Tops, wo bist du? Warte! Warte! Das ist ja unsichtbar! Ey, ich werde dich kriegen! Es gibt nämlich hier einen Kompass... Tops ist unsichtbar! Tops hat sich hier unsichtbar fest dran gekauft! Leute, beim Wolf Shop gibt's hier noch ne blaue... Das ist natürlich so clever! Warte mal! Das ist so clever! Ich glaube, der zeigt auf den ersten Spieler, ja? Okay, Tops! Du bist in der Turnhalle, sehe ich? Er wird hier nicht finden! Ich bin in der Turnhalle... Genau! Ja! Geh ruhig zur Turnhalle, Flo! Ey, ich hoffe... Hör dir die Schadensfreude! Auf der Schadensext hier, oder? Stop! Ich weiß nicht, wie wir das machen können! Oh mein Gott! Tops! Ich muss... Eigentlich... Ich würd gerne Flo finden, damit ich... Ich hab' gehört, mein Gott! Bist du bereit? Wo bist du? Ich hab' dich gehört! Was die da... Treiben! Okay, Sandkasten! Sandkasten! Alles klar, wir sind jetzt hier! Alter! Okay! Oh, man kann scheinbar Tops auch wieder sehen jetzt! Ich seh' dich, Tobias! Ich seh' dich auch! Komm her, du Kleiner! Komm! Nein, ich hab's nicht! Komm! Warte! Oh mein Gott, ich hab' gar nicht den Effekt gehabt! Ist Flo unsichtbar? Ne, Flo ist ein Mini! Oh mein Gott, nein! Alter! Komm her, komm her, komm her! Lauf dich weg, Tops! Ein Viking! Komm her! Du bist ein Viking! Sieh' du das? Ich glaub, ich weiß nicht, wie das geht! Bleib stehen! Bleib stehen, du Viking! Komm her! Oh mein Gott! Tops hat das, Tops hat das! Ich glaube! Bleib stehen, du Viking! Komm her! Ich danke an, dass er uns rechtlich hat! Junge! Ja! Junge, wenn du ernsthaft jetzt dadurch gewinnst, ja! Oh mein Gott! Nice! Hey, schreibt mir die Kommentare! Hahaha! Hahaha! Das war's aber für diese Folge! Ich hoffe es hat euch gefallen! Schon unbedingt die Folge bei den anderen an! Und bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!